Hallo, ich bin Sarah, die Mühlhäuser Pflaumenblütenkönigin. Ich möchte euch wieder einladen in unsere schöne Stadt. Die mit dem berühmtesten Pflaummus, der leckersten Bratwurst, dem schmackhaftesten Pflaumenbier und dem größten Pfingstfest der Region. Vom 18. bis 20. Mai feiern wir wieder die Mühlhäuser Pflaumenblüte. An drei Tagen und Nächten auf drei großen Bühnen. Am Freitag starten wir mit Bell Book & Candle. Am Samstag freuen wir uns auf die Kultband Münchner Freiheit. Ohne dich schlaf ich heut, lass mich ein. Ohne dich fahr ich heut Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heut nicht zu. Das, was ich will, bist du froh. Ich hab Feuer gemacht. Ich hab Feuer gemacht. Und am Sonntag haben wir Purple Schulz zu Gast. Also, nicht verpassen. Ich freu mich auf euch. Ich hab Feuer gemacht.